hallo liebe und vieles andere mehr auch inzwischen ist man anderen spruch mal ausdenken und ja heute analysieren wir mal wieder eine dating mail die könnte von mir sein vor ein paar jahren sage ich ganz ehrlich vom mann der eigentlich gar nicht viel falsch macht scheinbar und dann ziemlich übel unter die räder kommt einfach weil es leben so ist wie es ist und weil man vielleicht zu nett ist das war auch mein problem früher und ja schauen uns mal an könnte auch noch einsteigen in selbst liebe challenge dass man anti drama programm und man die challenge ist gerade gestartet neben den kursen wie es immer gibt bei mir hallo christian zuerst mal gratulation zum neuen buch liest sich super und ist genau was ich brauche ja von flamme ich habe nicht mal ein exemplar was ich in die kamera zeigen kann weil die ganze erste auflage ist nach einer woche ausverkauft ihr seid einfach crazy leute ihr seid einfach fucking crazy und hoffe ich konnte noch eins kriegen wird jetzt nachgedruckt und ist schon auf der erweiterten spiegel bestsellerliste also ja auf platz 49 also das kann man ersten 20er sieht man ja oft nur aber verlag war schon in heller aufruhr also freue mich sehr vielen dank gut schauen wir mal weiter im text nun zu meiner frage ich habe vor circa drei monaten eine entscheidung befindliche frau online kennengelernt sie hat ein kind wir trafen uns auf ein bier und anschließend sind wir essen gegangen also szenenwechsel also ist ja für die leute meine datingkurse noch nicht gemacht haben ist ja der berühmte ortswechsel der konnte alles in dem dating kurs warum das so so super viel bringt sehr gut ich hatte alles organisiert prima wir trafen uns da wir beide kinder frei hatten und nun so häufig in kurzer zeit da wir beide kinder frei hatten egal also am zweiten date wurde rumgeknutscht am dritten welches wir den ganzen tag verbrachten endete es im bett also bis hierhin textbook alles richtig gemacht dritten date landet ihr im bett das ist regen sich da ganz viele auf dass es wenn alles gut läuft ist dass der schnitt das heißt überhaupt nicht dass man das auch so machen muss man ihr könnt gerne auf dem 20 date bettsport haben aber ob man jetzt den kopf gegen die wand haut oder nicht dass es der schnitt so wenn alles wenn man gutes game gemacht hat beide das wollen dann läuft es häufig so sie wollte jedoch nicht über nacht bleiben da sie es langsam angehen wollte ja also was das jetzt langsam angehen zu tun hat das dürfte mich jetzt nicht fragen aber gut insgesamt war sie eher passiv im bett aber das kuscheln danach war sehr schön zwei wochen darauf gab es wieder zwei dates am sonntag ziemlich spontan zum film schauen zu sich einen ich ging zu ihr wir schauten eine komödie und aßen zu abend vermutet man es gab auch wieder bettsport da ich am montag um fünf uhr raus musste wegen der arbeit hat sie mich aber rausgeschmissen weil sie nicht so früh aufstehen wollte ja gut also wenn sowas jetzt isoliert auftritt ja muss natürlich es gibt es nie dass alles alles stimmt aber ist schon so also ich sag mal also ich sag mal folgendes wird auch nicht angefallen aber es ist ja mein schicksal ja also es gibt also erst mal wenn eine frau richtig verknallt ist steht sie für dich auf so ne gut das muss sie jetzt noch nicht sein das ist alles in ordnung so oder am mann auch würde ich sagen es gibt aber auch frauen die die sind verknallt sind aber einfach keine keine giver ne also die sind einfach ja letztlich würde ich sagen nicht so in einer femininen polarität und oder bestimmten aspekten davon sind einfach nicht so giver und sind trotzdem verliebt oder würden das machen es einfach nicht weil sie halt ja mehr an sich denken ist ja auch heute sehr im trend an sich zu denken und von daher ist wie es ist also sie darf das natürlich ne und dafür ist ja das ding da dass man sich kennenlernt und das ist jetzt keine red flag aber ich würde also ich würde auch denken schade also es ist ja so ein bisschen ja also da kommt man sich ja so ein bisschen vor wie irgendjemand sag ich mal ne gut aber trotzdem ist keine red flag ist es ihr lernt euch gerade kennen und schauen wir mal weiter ja man muss dazu sagen das war unser letzter tag für die nächsten vier wochen war das macht natürlich noch viel krasser da erst sie in urlaub fuhr war bereits gebucht und anschließend ich die rocky mountains überquerte zu fuß wir hielten ab und zu kontakt aber nicht so sehr wie ich mir erhofft hatte war es auch meine sagt sie ist ja nichts schuldig das hat gerade gestartet aber wieder ein hinweis dass sie vielleicht doch noch nicht so verknallt ist wie du denkst ne aber es wird noch ein bisschen seltsamer glaube ich zudem sagte ich ihr dass ich mich freuen würde wenn sie mich am bahnhof treffen würde wenn ich zurückkehre immerhin war der tag mein geburtstag sie vermeinte verneinte sie müsste da arbeiten gut also wenn sie arbeiten muss muss sie arbeiten aber wir kriegen so langsam ist ja eigentlich fast allen mails dass ich da so ein unterton einschleicht der dann immer mehr wird tendenziell sprach sie nur von sich das ist definitiv nicht gut ne interessiert sich kaum für meine themen und auch nicht für den urlaub so aber gut man lernt sich kennen nach dem urlauben trafen wir uns wieder sie lud mich zum essen ein und es gab wieder bettsport den anschließenden tag verbrachten wir mit einer gemeinsamen aktivität anschließend habe ich etwas für sie gekocht sie überlegt da auch schon wie sie mir ihr kind vorstellen wolle so jetzt muss man überlegen dieser start der jetzt also für ganz viele starts denke ich ganz viele sind so nicht alle sind feuerwerk und man lernt sich kennen und denkt ja vielleicht passt es auch nicht so richtig keine ahnung wir gucken mal was jetzt alles nicht schlimm ist und so ne aber da kommt man jetzt aber plötzlich dahin ich will euch mein kind vorstellen wo man denkt wow das ist und was wir hier haben ist wieder inkonsistent beim dating also sie sagt das eine ihr hat ja auch noch nicht stattgefunden das kennenlernen also sie kündigt sich erstmal nur an und verhält sich aber ganz anders und das ist immer nicht gut so also die gründe ist auch wollen wir gar nicht drüber philosophieren ich meine das ist alles ihr gutes recht was ihr ihr macht aber es ist nicht das was du willst denke ich okay jetzt könnte man wobei jetzt könnte man ja denken wow jetzt kommt vielleicht mehr feuer rein schauen wir mal beim abspülen fragte ich sie ob sie über nacht bleiben möchte sie antwortet dass man nicht bei mir schlafen kann weil die katzenhaare im bett sie anekeln ja gut kann natürlich sein also wenn sie wobei wir reden hier nicht meine katzenallergie möchte ich mal sagen aber auch das ist also nicht dass ihr mich falsch versteht das ist ja absolut gutes recht nur die art wie sie sowas anspricht also dieses unfallblümte dieses also da ahnt man schon dass da bald das kritisieren losgeht ähm und ja es ist einfach kopffig sage ich mal was soll das irgendwie ich meine das wusste ja auch schon vorher als du katzen hast ähm vermute ich mal und ähm wieder also wie gesagt sie hat alles recht der welt zu sagen möchte ich nicht ne also nein sagen kann sie schon mal gut auf jeden fall ähm aber wie passt das dann mit kindern äh wird sie dann nie bei dir übernachten äh wie passt das mit kindern vorstellen ähm ja es sind halt es ist halt nie gut ne unterschiedliche informationsquellen die man hier hat ne deswegen habe ich auch schon überlegt ob das denn mit uns habe sie schon überlegt ob das mit uns alles so einen sinn macht ich wusste überhaupt nicht wie ich darauf reagieren sollte also erstmal wieder ähm ich wusste nicht wie ich darauf reagieren sollte ich war von dem lieb kind kennenlernen zu ich weiß nicht ob das so sinn macht total barf ja und das ist nicht nicht in ordnung ich finde das auch eine im besten sinne unempathische kommunikation weil das das kann man sich doch denken dass das einen kopfweg macht ne dass du erst das sagst äh und sie merkte wird ja auch gemerkt haben dass du sie gut findest irgendwie und dann sagt sie das andere also wie gesagt ähm entweder sie ist so oder sie ist äh gar nicht richtig verknallt irgendwie alles ähm nicht beides nicht gut ne sie antwortet dass sie bei mir nicht schlafen kann weil die katzenhaare mit sie annägeln so ähm wir fanden einen kompromiss sie will die bettwäsche selbst immer mitbringen ja aber wie soll das das weiß man auch jetzt schon wenn das nicht funktioniert beim nächsten date letzten endes könnte man auch sagen es ist ja einfach nicht kompatibel seit ne an dem punkt äh fragte ich sie nochmal wo wir denn stehen ich war von dem hin und her verwirrt ja und das ist absolut in ordnung so ne und ob wir exklusiv sind was sich doch so viele frauen wünschen angeblich so aber es hängt eben nicht mit mann und frau zusammen sondern welche positionen man in der paardynamik hat ne für den ähm etwas pluspoligeren part was glaube ich jetzt du hier bist ist exklusivität kein thema für den minuspol aber schon ne ähm auch sagte ich ihr dass es für mich wichtig ist zu wissen da ich gefühle entwickle und mir ja eine feste beziehung wünschen würde also ich finde es ich würde mal so ein bisschen also nicht dass ich es nicht verstehe aber auch mal überlegen wo wieso dein liebeschip gepolt ist dass du nicht mehr nicht skeptischer bist hier ne das nur mal so als kleiner einschub sag ich mal weil bis hierhin außer dass ihr jetzt ein paar schöne date hattest gibt es auch eine ganze menge was ähm einen vielleicht auch abtüren könnte so ne aber tut es ja irgendwo auch aber ja weiß schon was ich meine denke ich ja ähm sie bestätigte die exklusivität war aber geschockt dass ich jetzt schon nach circa 30 dates und drei monaten gefühle habe ja ähm also gut meine meinung ist ich weiß jetzt nicht ob du ein polaritätskurs mal gemacht hast vielleicht hast du ihn auch nicht gemacht äh sind beziehungs label sind part äh der frau sind teil der femininen polarität und warum weiß ich frauen in der regel das kann man nicht auf einen einzelfall immer runterbrechen in der regel langsamer verlieben als männer also hier definitiv der fall sie sollte aber nach drei monaten längst head over heels in love sein und das hat nicht geklappt warum auch immer äh wie gesagt ich kann jetzt nicht sehen wo du hier was äh groß falsch gemacht hast aber klar wir waren jetzt den ganzen dating ablauf ähm vielleicht hast du auch zu viel geschrieben keine ahnung aber ich glaube es liegt zu großen teilen auch nicht an dir so kann ich mir vorstellen aber klar man sollte immer gucken wie man seinen game verbessern kann ähm aber so eine aussage wie wie kannst du denn schon nach drei monaten gefühle haben deutet für mich hin dass sie vielleicht doch äh sehr bindungsvermeidend ist und das ist nicht gut wie wir wissen ne ähm darf sie natürlich sein aber äh das könnte jemand sein der einfach ewig daten will und bloß keine verbindlichkeiten und immer nur äh am besten immer nur so bisschen diese anfangszeit haben und wir haben wieder die berühmten 100 tage ich sag's ja ungern äh wo das dann häufig zum ersten mal zum knall kommt ne ähm also ich wie gesagt würde der frau das labeln überlassen wenn sie dann die exklusivität haben will ähm ja also bis dahin so als man locker zu bleiben nicht dass man dann nicht exklusiv sein sollte aber das thema gar nicht äh zu pushen und ähm meinen dingen ihren lauf zu lassen aber auch nicht zu viel reinzulesen und irgendwas was ich ja auch irgendwie nicht so ja äh ja gut ich meine 30 dates dass man da jetzt auch als mann gefühl entwickelt ist jetzt natürlich völlig normal aber trotzdem so ein bisschen distanziert zu bleiben vielleicht auch zu gucken wie entwickelt sich das hier aber ist immer leicht gesagt also eigentlich hast du ja was wir hier sehen können kann ich nicht sehen was du hier groß falsch gemacht hast ne und äh selbst wenn man jetzt sagt okay beziehungs label sind ähm part der frau ähm und das aber nach drei murat nicht gekommen ist glaube ich glaube ich auch mal thematisieren also von daher ja kann ich alles verstehen ne aus ihrer sicht seien wir nicht in einer beziehung und deswegen würde sich den kinder vorstellen ja das macht absolut sinn mhm aber naja am ende beendet sie das alles äh wow okay da sie es langsam angehen lassen will aber ich scheinbar nicht außerdem bin ich ihr zu nett ich bin ehrlich gesagt etwas verwundert dass das label beziehung so dramatisch ist ja für dich nicht aber für sie schon also das ähm wie gesagt ich kenne das auch aus äh ich habe ja auch meinen share gehabt an äh bindungsängstlichen beziehungen und ich weiß noch ja ich war mal in der beziehung da hat uns jemand ein bild von uns beiden geschenkt war wahrscheinlich auch so nach drei monaten und das hat die meine partner damals völlig aus dem lot gebracht das hat die werden die hat den ganzen tag schlechte laune weil wir auf einem bild sind also das ist das willst du ja machen also das wird sich für sie völlig stimmig anfühlen wie gesagt ist auch wenn man da drin steckt in diesem minuspoligen sieht man auch gar kein problem mit und und sie darf das auch sie darf ihre vorstellung von beziehungen haben und sie darf auch sagen ja ja nee nach 30 der jetzt habe ich noch lange nicht beziehungen das aber auch so ein bisschen diese komischen entwicklung sagt die wir das ganze online dating haben das also bloß nicht festlegen und lieber noch warten und das ist halt so der gang der dinge aber ihr habt offensichtlich erst mal nicht so richtig komplative bindungsmuster würde ich mal sagen und ja dann mit dem zu nett sein das würde ich mir mal also wenn eine frau das sagt ich muss mir so ein scheiß ruhig auch ab und zu mal anhören dann ist das auch ein stück weit was dran das heißt jetzt nicht dass du weniger nett sein solltest aber das heißt übersetzt arbeite immer mehr in deiner polarität also vielleicht schreibst du zu viel vielleicht bist du zu verfügbar und ja und dann weibt es nicht nur bei ihr nicht vielleicht wird es bei anderen also findest bestimmt jemand bei dem es auch so wie du jetzt bis weiben würde aber wenn du dein game verbessern willst würde ich definitiv an der polarität arbeiten ich freue mich auf den polaritätskurs ja ich kann leute wenn ihr auch daran arbeiten wollt lest mein buch ich habe einen ganz neuen kurs dafür gibt es jetzt zum frühbucher preis pack euch den link nochmal drunter habe ich zum mal so eine extra seite gemacht wo die polaritätskurse drauf sind oder dating in der polarität oder auch selbstbehauptungskurs sehr gut für polarität für männer und frauen und gibt ja auch für die frauen datingkurs auch den neuen polaritätskurs werde ich aufsplitten in teile für feminine maskuline polarität auch wenn das biologisch anders spielt keine rolle ja also was ich hier mitnehmen würde ist also das ist wirklich könnte eins zu eins sein was ich mir auch teilweise erlebt war früher ja wahrscheinlich bist du zu nett also nicht zu nett im sinne von hey du bist verlässlich loyal das würde ich mir echt nicht nehmen lassen so aber wahrscheinlich zu verfügbar kannst du mal gucken steht ja nicht drin in der mail ob du es auf dem podest gestellt hast zu sehr qualifying also dieses magst du mich magst du mich wo du das hier nicht geschrieben hast du auch gar nichts davon gemacht und sie ist einfach so also das musst du für dich jetzt mal raus lesen aus meiner antwort das kann auch sein dass du das alles nicht gemacht hast und sie einfach nur so auf so hyperpolare arschlöcher steht wissen wir jetzt nicht sag jetzt mal ein bisschen flapsig aber ich würde schon jedes feedback mal prüfen ob ein bisschen was dran ist klar sie sollte sich natürlich auch hinterfragen denke ich was sie da macht aber sie hat ja keine mail geschrieben also insofern würde ich schon mal gucken kann ich nicht für dieses net mal mit nicht polar genug übersetzen kann ich dann noch dran feilen wenn du jetzt mal zum punkt kommst nee sorry ich habe wirklich habe nicht so viel getextet ich habe es nicht auf dem podest gehoben ich war in meiner mission was weiß ich trifft auf mich alles nicht zu dann ist es so dann hast du irgendwie einfach eine frau gedatet die entweder sehr minuspolig ist oder aus welchen gründen auch immer sich einfach nicht genug in dich verlieben konnte so aber nach drei monaten im idealen dating prozess sollten also also natürlich beide aber aus sicht des meines jetzt die frau hätte auch war heels in love sein und sollten all diese dinge keine rolle spielen soll sie sagen ey scheiße ich habe ich habe katzenallergie aber natürlich schlafe ich natürlich nicht mit übernachten hast du irgendeine lösung finden ich schmeiß eine packung zetrizin ein ich mache natürlich nur witze klar ist mir alles egal ich will zeit mit dir verbringen ich wechsle die religion was weiß ich so sollte das sein irgendwie und nicht so ne ja ja aber nimmst alles nicht so tragisch lasst uns das alles locker und lustig sehen und ja ach so vielleicht kann sein dass wir heute abend 17 uhr 19 uhr sorry live machen am samstag müsste ich gleich nochmal gucken aber wenn ihr zu hause seid heute abend dann schaut doch gerne mal rein 19 uhr heute am samstags siebter zehntag okay bis bald schau lieben da her bla 11 ha 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 Untertitelung des ZDF, 2020